Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsbogger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu Trashing in Themen und diesmal geht es mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann und den vierten Teil ihrer Märchenstunde. Und zu Beginn möchte ich euch eine Frage stellen. Ich hatte in den Kommentaren gelesen, dass sich manche auch nochmal so ein Video von A bis Z wünschen würden. Von Aline Bachmann oder über Aline Bachmann, wo ich sie kritisiere und nochmal alles quasi aus den letzten Monaten, Jahren zusammengefasst. Ist, wenn ihr das haben wollt, lasst gerne ein Like da, zeigt mir das und schreibt das auch gerne mal unten rein. Das würde ich dann allerdings auf dem DaVinci Kanal machen, weil hier geht es immer um die kleinen Häppchen und die Sachen, die halt nahtlos jeden Tag quasi passieren. Und auf dem DaVinci Kanal habe ich vor, dann größere Videos einmal im Monat zu bringen, wo dann nochmal die Zusammenfassungen sind und auch nochmal so ein paar andere Sachen besprochen werden. Ich denke, das ist auch nochmal ganz gut, um den Kanal drüben auch so ein bisschen zu pushen und zu unterstützen, weil ich dort auch noch mehr Gossip und Trash in Zukunft machen möchte und dort einfach auch Bock drauf habe. Und wie gesagt, wenn die Leute auch unten reinschreiben, warum hast du zwei Kanäle, auf zwei Beinen steht es sich einfach besser. Ich bin damit selbstständig und das ist immer ganz gut, wenn man nicht nur einen Kanal hat. Deswegen die verschiedenen Projekte und ich denke, beide Kanäle ergänzen sich dann in Zukunft perfekt und ich denke, das wäre ganz cool. Ansonsten freut mich das auch, dass die ganzen Märchenstunden euch hier gefallen. Ich könnte noch einen fünften Teil machen, könnt ihr auch gerne unten reinschreiben, ob ihr darauf Bock habt. Heute kommt auch das Thema Aicha zur Sprache für alle, die da ein bisschen genervt reagieren. Ich finde es wichtig aufzuklären, sie hat ja sehr viel in der Story gepostet. Und mit dem Bruder bin ich ja auch in Kontakt, auch mit der Cousine von ihr und ich finde das einfach wichtig, da weiterhin auch Flagge zu zeigen und zu unterstützen. Weil was da schon wieder gesagt wurde, ist nicht cool, das sollte auch nicht vergessen werden und das sollte auch kritisiert werden, wie ich finde. Gehen wir auch gleich ans Eingemachte, der nächste Roman wartet hier quasi auf uns und sie schreibt, ich bin ein guter Mensch und es ist wichtig, es selber zu wissen. Viele Menschen behaupten auch, dass ich Bodyshaming machen würde. Das habe ich nie getan. Ich selber habe doch 20 Jahre in einem Körper mit 196 Kilo gesteckt. Verstehe nur nicht den Hass von Menschen, die übergewichtig sind und bei mir unter Bildern kommentieren, wie hässlich ich bin. Ich habe es oftmals gesehen, dass gerade Übergewichtigte sich sehr negativ mir gegenüber äußern. Das waren auch Menschen dabei, die den Livestream bei meiner Live-OP kommentierten, dass sie wünschten, dass ich in der OP versterbe. Okay, wenn das jetzt wirklich Leute reinschreiben, ist das wirklich ein bisschen too much, ja, trotzdem eine OP von Live zu übertragen. Unfassbar, ja. Viele Menschen haben es aber auch nicht verstanden, warum ich alles kostenlos bekommen habe und da merkt man einfach, dass viel Neid in der Luft liegt. Also immer wieder die alten Kamellen, alle anderen sind neidisch. Ich mache kein Bodyshaming, es regt mich nur auf, dass solche Kommentare, wie das meine Namen hässlich sind oder dass ich aussehe wie ein zugenagelter Weihnachtsstern, immer noch Menschen kommen, die selber an Übergewicht leiden. Prof. Sienes hat mich kostenlos operiert, kamen so viele Nachrichten, warum viel wird Alin Bachmann kostenlos operiert und warum ich nicht. Was kann ich dafür, wie in deinem Leben die Karten spielen? Kannst du dich nicht einfach für mich freuen? Die Frage kann ich dir beantworten. Nein, du kannst es nicht. Da hat sie aber auch wirklich im Rage geschrieben. Sie war auf jeden Fall massivst getriggert. In diesem ganzen OP-Marathon versuchten so viele Menschen Dr. Sienes davon zu überzeugen, die Kooperation abzubrechen, weil ich doch so ein böser Mensch bin. Auf ihn prasselte so viel Kritik ein, doch er hielt sein Wort, hatte jede Vereinbarung eingehalten. Oben drauf schenkte er mir sogar noch eine Nasenkorrektur. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gemerkt, was Menschlichkeit ist. Es ist so ein guter Mensch. Gott beschütze ihn. Die Hater hatten es nicht geschafft, RTL und ihn von mir abzuwenden. Sie lernten mich und meine Familie persönlich ein Jahr lang kennen. Sie wussten, wer ich bin. Was wahr ist. Und was wahr ist. Oh Mann. Ja, ihr seht, RTL und Dr. Sienes haben auch kleine Nasen-OP und Brust-OP und morgen gibt es noch auch 20% auf Hundenahrung. Ja, es ist wirklich unfassbar. Das kriegt mit alles reingeworfen und alles getan rund, um sie glücklich zu machen. Und alle anderen, die vielleicht auch sagen, okay, die hat so viel Blödsinn gebaut, warum nimmt man denn ausgerechnet sie? Da gibt es doch genug Leute, die vielleicht, wenn man so eine OP überhaupt als Kooperation anbieten sollte, es vielleicht mehr verdient hätten. Allgemein eine OP in einem Livestream zu bewerben und generell auch aus so einer OP dann zu verlosen, halte ich für absolut krank. Ja, und alle, die sowas unterstützen, verstehe ich auch nicht. Und wenn ein Arzt wirklich ernst genommen werden will, kann ich das auch nicht verstehen. Also beim besten Willen nicht. Abgesehen davon, dass diese OP auch nicht sonderlich einfach ist und auch ein hohes Risiko in sich trägt. Aber nun gut. Gehen wir hier weiter. Der Grund dafür, ich bin es mir so leid, diese Geschichte immer und immer wieder zu erzählen und mich zu rechtfertigen. Ich habe Beweise vorgelegt, dass ich diese Spendengelder von damals nicht behalten habe. Also sie springt auch von einem Thema zum anderen und diese OP war vor der Altscher-Geschichte. Sie bringt ja auch meines Erachtens vollkommen die Sachen durcheinander. Altscher wurde damals genauso von den Hatern bequatscht und vollgetextet, dass sie mir nicht vertrauen soll. Und sie hat sich bereden lassen und mir den Rücken gekehrt. Also das war überhaupt nicht der Fall. Von Adin Bachmann kam ja die Situation damals, dass sie das angeboten hatte. Und erst nach Wochen, nachdem Altscher dann ihre Sachen dort nicht bekommen hat und auch kein Geld und keine Hilfe und nach mehrfacher Nachfrage auch Adin Bachmann sehr pampig reagiert hat, haben wir YouTuber uns ja erst eingeschaltet. Also das stimmt halt so auch nicht. Dann geht es hier weiter. Ich fand es so menschlich verachtend. Sie hat ja viele Rechtschreibfehler, aber Fahnde finde ich jetzt schon krass. Menschlich verachtend und war sehr wütend. Sie wollte meine Reichweite für Spendengelder. Auch heftiger Vorwurf, das war nämlich nicht der Fall. Sie hat nie Alin Bachmann gebeten. Alin Bachmann hat dort eine Marketingaktion gerochen und gesagt, okay, da kann man ja jemandem helfen für ein bisschen Reichweite. Dann finden die Leute ja immer vor Weihnachten ganz toll, wenn man sowas macht. Müsst ihr halt auch immer bedenken, wenn es gerade vor Weihnachten immer solche Aktionen gibt. Nicht immer ist das alles bösartig. Im Prinzip ist es auch gut, wenn man was Positives macht. Aber es war in dem Fall schon wieder recht offensichtlich, weil sie das in den letzten Jahren schon häufig getan hat. Hier geht es weiter. 100 von Storys haben ich gemacht und diese Kampagne gutwillig geteilt. Sie verlinkt überall und dann, als sie drei Tage mal nicht zurückgeschrieben hatte, ging es zu Just Neo und KuchenTV, das stimmt auch nicht, und sagte, Alin, zahlt mir die Spendengelder nicht aus. Das stimmt auch nicht. Also der Erste, der kontaktiert wurde, war meines Erachtens ich und ich war ja auch der Erste, der darüber berichtet hatte, über Alcha. Und dann kamen die anderen noch dazu, die natürlich das auch mitbekommen haben, weil sie mir irgendwie folgen oder ab und zu meine Videos schauen. Und das ist ja auch einfach ein großes Thema war. Mein erstes Video zu Alcha hatte irgendwie 50.000, 60.000 Klicks, wo Alcha sich auch nochmal geäußert hatte später. Das war ja ein riesiges Thema. und Alcha ging es nie um eine Playstation oder um Geld und dennoch hat sie natürlich die Hilfe dankend angenommen. Warum sollte man das auch nicht machen, wenn eine Influencerin anbietet, Mensch, ich besorgte ihr ein bisschen Hilfe und ein bisschen finanzielle Unterstützung, ist das ja nicht verkehrt. Aber es stimmt halt alles. Mal wieder nicht. Sie wusste, dass ich in der Zeit in einem TV-Projekt war und das war auch alles davor. Also sie hatte davor genug Zeit, sich zu antworten. Das hat jetzt nichts mit diesem TV-Projekt zu tun, abgesehen davon, dass man in dem TV-Projekt ja auch gezielt die Handys behalten durfte und auch noch Zeit gehabt hätte, rein theoretisch sich mal kurz zu melden. Und dann geht sie weiter. Ich habe ihr mehrmals Beweise geschickt, dass die Hater die Kampagnen gemeldet haben. Das war auch nicht der Fall. Und abgesehen davon, dass es auch nie das Problem war, dass das Geld dort, ich kann es nämlich nur wiederholen, aber es triggert mich gerade schon wieder massiv, dass die Leute damals nicht auf das Geld zugreifen konnten, die dort gespendet haben. Das waren knapp 500 Euro. Darum ging es gar nicht. Sie hatte sich zu dem Zeitpunkt als Millionärin aufgespielt, sie hätte es zum Teil auslegen können, so zurückzahlen können und die Leute hätten auch das Geld von der Kampagne sich dort zurückholen können, über die Seite. Es ging eher darum, wie sie mit Aicha umgegangen ist und dass sie nicht selber vielleicht dann reagiert hat, vielleicht die 500 Euro selber aus eigener Tasche dann zu zahlen, wenn sie doch so viel Geld hat, ja, Multimillionärin. Und es ging nie darum, dass die Leute da auf der Seite nicht zugreifen konnten und die Seite da eingefroren war und das Geld erstmal nicht vorhanden war und sie da keine Kontrolle mehr drüber hatte. Darum ging es nie, ja. Es ging auch nie um die 500 Euro unterm Strich, ja, eigentlich nur um die Sache drumherum, um wie sie mit Aicha da umgegangen ist und das weiß sie ja eigentlich auch selber, ja. Irgendwelche anonymen Leute haben mich auch wegen Betrug angezeigt. Ich habe mein Handy als Beweis drei Monate bei der Polizei abgeben, wegen dieser Unterstellungen und wurde freigesprochen. Aber einige YouTuber schlachten dieses Thema aus und stellten mich dar, als hätte ich eine Krebskranke verarscht und bedroht. Natürlich habe ich ihr damals erzählt, dass ich menschlich sowas von enttäuscht von ihr bin, wegen dieser ganzen Sache. Jetzt passieren jetzt all die Dinge. Ja, das stimmt, wie gesagt, auch überhaupt nicht. Also, wie gesagt, diese ganze Kritik mit der OP war ja vor. Sorry, ich muss jetzt noch mal ganz kurz was einwerfen und hatte dann hier einen Cut gemacht bei einer Stelle. Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, dass ihr zum Cut kommt. Und die Operation, noch mal, ja, mit alle das richtig verstehen, war vor der Sache mit Aitscher. Also, kann die Sache mit Aitscher damit gar nichts zu tun haben, dass Leute sie dort mit der OP kritisiert haben. Da waren andere Sachen am Argen. Also, sie springte auch wieder Sachen durcheinander. Und wie gesagt, diese 500 Euro waren eigentlich vollkommen egal. Und auch, dass diese Seite dort kurze Zeit mal pausiert wurde oder eingefroren wurde, das Geld. Da hatten ja die Leute über die Seite die Möglichkeit, sich das Geld wiederzuholen. Das war eigentlich auch nicht das Problem. Sie hat sich nur immer wieder aufgespielt als Multimillionär. Und zu der Zeit, sie hätte natürlich das Geld auch selber sagen können, ich kaufte die Playstation oder komm. Wir hätten auch alle zusammenlegen können, ja, rein theoretisch, ja, für Aitscher. Wir haben ja dann drumherum selber dann gesammelt, ja, und wir haben ja eine viel größere Aktion gemacht. Da kamen ja wirklich über 20.000 Euro zusammen. Pakete wurden zu Aitscher geschickt. Also, es war ja wirklich dann in einer Zeit gigantisch, was da auch an Unterstützung von euch kam oder von der Community von Chasneru oder KuchenTV und alle Leute, die da mitgeholfen hatten. Und sie hatte, also Aline Bachmann, sich ja als Multimillionärin aufgespielt. Und dann hätte sie ja auch mal was zu beitragen können. Und es ging ja auch hauptsächlich darum, wie sie mit Aitscher umgegangen ist in der Zeit. Ja, so dass sie mal ein paar Tage sich nicht gebildet hat, da ging es nicht drum. Und auch nicht, dass sie da bei diesem TV-Format war. Und abgesehen davon, dass sie bei diesem TV-Format ja sogar das Handy benutzen durfte, um irgendwelche Storys zu machen. Was sie ja auch zuhauf zu dem Zeitpunkt getan hat. Und ich ja auch darüber berichtet habe, das kann man ja auf meinem Kanal erst nachgucken, bringt sie da viele Sachen durcheinander und immer wieder die Opferrolle. Und sie ist nicht schuld. Und alle anderen sind tragisch drauf und schlimm. Also sie hat ja auf jeden Fall wieder eine Biografie sich zusammengereimt und eine Märchenstunde kreiert, die definitiv so nicht stimmt. Und das muss man hier nochmal ganz klar auch sagen. Und dafür habe ich auch Belege auf meinem Kanal, ihre Aussagen von damals, auch die Aussagen von Aitscher. Und wie gesagt, das kann man alles auf meinem Kanal ja noch nachgucken. Und das könnt ihr gerne tun. Ansonsten sollte das jetzt hier für den vierten Teil auch das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier in der ersten Aufnahme das alles richtig dringend gehabt. Aber ich habe ja das erstmal vorgetragen und meine Meinung dazu gesagt. Und ich denke, jetzt müsste das eigentlich so ein gutes Gesamtwerk ergeben. Bis zu diesem Punkt. Danach wurden so ein paar intimere Sachen noch von Aitscher gepostet, wo ich das hier nicht einblenden möchte, wo ich auch sage, es geht nicht. Auch irgendwelche Sachen aus dem Zusammenhang gerissen, wo es Aitscher schon gar nicht mehr gut ging. Ja, wo sie im Sterben lag, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wo sie dann in den Livestream von Aline Bachmann nochmal kam und ja auch nicht mehr wirklich Herr ihrer Sinne war zu dem Zeitpunkt, weil sie auch schwerste Medikamente genommen hat und es dort schon klar war. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt leider nicht, dass sie versterben wird. Und ja, das tut mir bis heute noch leid, auch die ganze Familie. Und das immer wieder auch zum Thema zu machen, finde ich halt sehr verwerflich. Die Familie bedankt sich bei mir immer, dass ich da auch nochmal Hilfestellungen gebe. Und auch im Hintergrund helfe ich natürlich auch mit den Anwälten da und Co. Und ich könnte mir auch nochmal vorstellen, dass wir da auch noch weitere Spendenaktionen vielleicht mal machen. Weil, wie gesagt, das kostet ja auch alles ein Heidengeld. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit schon eine Menge gemacht. Die DKMS-Spende ging raus neulich. Und wie gesagt, habt ihr ja hoffentlich alles mitbekommen. Ja, ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Die privaten Sachen werde ich in der Märchenstunde jetzt nicht mehr vortragen. Wir machen dann einen Sprung zu den Pferden beim fünften Teil. Wenn ihr den noch sehen wollt, wie gesagt, zeigt das gerne mit den Likes. Wenn wir die tausend Likes hier auf diesem Video schaffen und ihr das auch unten in den Kommentaren fordert, dann würde ich sagen, machen wir auch noch den fünften Teil. Ansonsten soll es das dann für diese Passage mit der Märchenstunde erstmal beendet sein. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Teile so geben wird oder was die nächsten Aktionen von der Bachmann werden. Da gibt es ja noch genug Content. Ansonsten mache ich gerne auch im fünften oder vielleicht noch im sechsten Teil. Aber ich glaube, im fünften Teil kriegen wir auf jeden Fall noch mit den ganzen Postings. Von diesem einen Tag zusammen. Das sind jetzt schon vier Parts und alle Videos haben so eine Länge von 10 bis 20 Minuten. Das ist schon krass. Also schon heftig. Das soll es dann für heute gewesen sein. Lass gerne auch, wie gesagt, ein kostenloses Abo da. Schaut gerne in die erste Folge rein. Verlinke ich euch hier nochmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.